Moinsen Leute, hier einmal im Vorfeld direkt für diesen kleinen Community Drop, wo ich auch noch weiter den Vulture präsentieren möchte, der Bild zum 6x Streak SRM 4er Vulture Mad Dog. Ich habe für besseres Targeting, damit ich auch im ECM ein bisschen klarkomme und sowas, eine Clan Active Pro verbaut, sowie ein Tag Laser. Und hier auch, bevor ich den Mac überhaupt fertig hatte, Lower Arm Attractor, give me a hand on this Mac. Der rechte Arm hat ein Händchen, denke nicht. Ach so, scheißegal, ich habe mich ablenken lassen. Auf jeden Fall, hier ist er Dinge, hier habe ich den linken Arm ausgetauscht, damit ich noch zwei Medium Laser einpacken kann, weil es nie verkehrt. Und mit den Streaks macht das doch schon unfassbar viel Spaß, wenn ihr dem Bild nachbauen wollt, so sieht die Kiste auf jeden Fall aus. Und jetzt geht's ab ins Match, haut weg, Leute. Das war auch nur so lange, wenn deine Freundin nicht da ist. Ey, warum ist die rausgegangen? Ach, Reconnected, ich habe gelesen, Discount. Wurde ein Opfer der ganz wenig vorhandenen wachsen. ich habe feinde gefunden und sie haben mich auch gefunden ich will uns fertig machen der es ist ein narker der will wahrscheinlich oben auf die mauer laufen nach ist er jetzt abgehauen wobei oben auf die mauer dann wird er in richtung unserer base dann glaube ich der ist in unsere base gelatscht naja der ist gleich weg wieso macht der so was ich werde ihn mal ein bisschen beglücken auch jetzt kommt er mir entgegen rückwärts auch noch und das ist aber nett von ihm du bist genagt aber du bist am marsch der welt ich sehe auch nix gerade da hinten in d5 ist ganz was es kommen doch lms in deine richtung nein er haut ab er ist aber komplett offen ich kann aber nicht raus wegen den scheiß mittels ja der läuft jetzt in den armen drehe ich mal um an geras der ist hinter dir uh hallöle war freindropsen schlechter zeitpunkt da dieses spiel hast du mich doch das kann doch nicht sein kurz erwis ja hab ich kurz mal locker flogge eingebautet den es funktioniert wie viel fps ist das jetzt mehr ein fps noch nicht ich hab erstmal ein benchmark durchschlucken lassen ich bin bin war ich genagt bin ich genagt nein ich krieg ja dauernd eine misshallwarnung wie machen die das auch ich auch irgendeiner muss spotten warum verabscheut mich dieses spiel so ich hätte so gerne den raven gehabt ich krieg immer noch misshals oder bin ich noch genagt da oben ajo ahaha uav mit streaks abgeschossen das geht ja ich konnte es gerade anvisieren es war 200 meter fast direkt über meiner nase über meine über meiner geier nase nicht die beste position und hat's gemacht weg ist ja ins loch gefahren wer bewusst besser als das was du auf dich zu rennen sehen hast jetzt richte ich den mal aus die sollen vorwärts laufen die gegner die müssen näher rankommen damit ich die mit meinen streaks bearbeiten kann da läuft ne madcat hoch da hinterher kommt ne atlas aber der ist an hier noch nicht jetzt bin ich auch schon hier drüben ziel klar oh es sieht aus wie eine feuerlinie ich dreh durch von den oder von uns von uns du willst mich doch nur veräppeln das kann ich mir gar nicht vorstellen oh juhu gratis kill wer hat mir den denn da hingestellt gratis kill wer hat mir den denn da hingestellt was haben wir da ist das mit den streaks das macht spaß ja doch oh nein runtergefallen mensch ich war doch so schön hier am street wo ist der letzte wo ist der letzte wo ist der letzte wo ist der letzte ach na toll da krieg ich nicht mal mehr einen assist für der ist zu weit weg egal war schön ach gut 2 schen combat hier die hier die